Das Entscheidende ist, dass wir eine Lernkultur etablieren und ich glaube, da müssen wir noch einiges tun, wo klar ist, dass die Studierenden nicht unseretwegen gerne kommen oder auch nicht um Leistungspunkte zu bekommen, sondern dass sie wirklich Bildung als Bereicherung empfinden. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass Studienerfolg das ist, was uns Studierende dazu befähigt, uns auch vor allem nach dem Studium, wenn das Studium zu Ende ist, uns auf neue Probleme vorzubereiten, uns mit neuen Problemstellungen auseinanderzusetzen, die wir einfach gar nicht im Studium erlernen konnten, weil es diese Probleme noch gar nicht gab. Ich glaube, dass wir zunehmend mit einer heterogenen Zielgruppe zu tun haben an den Universitäten und das heißt, man muss individueller an die Studienpläne rangehen, als wir es früher gemacht haben. Insbesondere der Studieneingangsphase. Ich denke, dass wir den Studienerfolg mit Bologna verbessern können, indem wir zwei wesentliche Dinge tun. Das eine, wir nutzen die Zweiphasigkeit von Bachelor und Master sehr konstruktiv. Wir zeigen den jungen Leuten, hier hast du nach sechs Semestern einen ersten akademischen Abschluss, an dem du dich selber nochmal überprüfen kannst, ob die wissenschaftliche Karriere für dich es ist oder der Einstieg in den Beruf gesetzt. Und unter der Perspektive des lebenslangen Lernens, eben zugleich sagen, du kannst zurückkommen in das System, nämlich in einen Master. Für mich ist die ganz entscheidende Variable die Interaktion zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Wir haben in unseren Untersuchungen und in unseren Weiterbildungen eigentlich immer wieder erfahren, dass die Lehre, die Qualität der Lehre im Wesentlichen von der intrinsischen Motivation der Lehrenden abhängt. Und die ist wieder bedingt dadurch, dass Lehrende erfahren, wie Studierende lernen. Es gibt nichts Motivierenderes für Lehrende, als zu sehen, wie sich die Talente der Studierenden entwickeln.